Moin moin liebe Leute! Willkommen zurück hier bei Manni und Gülis Forstimperium zusammen mit dem Manni. Guten Tag. Guten Tag. Oh, jetzt Licht. Schön. So. Sag mal, was raschelt denn hier so in meiner Ecke? Du gucke. Ich habe manchmal das Gefühl, Günter, hörst du mich? Ich hör dich, haben wir Mäuse? Ich habe manchmal das Gefühl, der Anke hat meinen Knopf für die Aufnahme mit dem Drucker verbunden. In dem Moment, wo ich drauf drücke, geht der Drucker an und drückt und radert und knallert und wackelt und macht laut und naja. Seit wann haben wir denn Drucker hier in das Ding? Na sag mal, wir müssen doch unsere Richtung vielleicht schon mal ausdrucken, bisschen Papierkram machen. Das ist wieder das, wovon du gar keine Ahnung hast, mein lieber Günter. Papierkram. Und seht ihr? Machen nämlich alles ich. Ich habe Ahnung vom Papier. Mhm. Dreh mir ja ab und zu mal eine, ne? Was brauchst du? Dreh mir ne Zigarette ab und zu. Brauchst du immer noch? Manni, sicher, ich kann mich nicht, die dürfen nicht aufhören. Sag mal, Günter. Das hast du ein Ding, gell? Da haben wir noch gar nicht gesprochen, wegen der Raucherbausen. Ach Manni, ich spiel kein... Nee, komm, kein Alkohol mehr. Wegen, wegen, wegen Stechen. Wegen? Ne Steche, die Zeit anhalten. Wenn du ruhst, dass die Zeit anhält und wenn du... Ich wollte da eh ne Stechuhr hier einbauen lassen. Und wenn du ruhst, hätt die Zeit an, also musst du ausstechen. Und wenn du nicht mehr ruhst, dann läuft sie weiter. Tja, guckst du, Günter, hä? Dann guckst du, oder? Dann mach ich nicht mit. Wie, dann machst du nicht mit? Ja, ne. Ich hatte jetzt noch gar nicht so die Überlegung angestrebt, dich zu fragen. Woll ich? Günter. Naja, mal guck. Hier kommt keine Stechuhr auf das Ding. Du kannst die Abladesaite auch mit O ändern, ne? Naja, ich kann aber auch rund drehen. Du Glückscheißer. Willst du den einzigartigen Manfred verbessern? Ja, will ich so. Stopp, 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 stopp. Also ich wollte mir die einlachen, weil es schöne Gravenzenbänder sind. Gell? Aber, Günter. Wann ich? Wann ich? Wir brauchen noch ein bisschen... Oh, scheiße. Was nötig wieder? Ich pack noch neu, du. Warum denn? Letztes ging schon. Du musst die Abladesaite wählen. Dann muss ich wieder umdrehen. So kann ich denn nicht mehr springen hier. So, rechte Seite. Manni? Was? Was ist denn jetzt hier mit dem Milben meiner Hühner? Kann ich jetzt den Arzt anrufen? Na, hast du den Kostenvoranschlag? Ne, hab ich noch nicht. Na, dann hol den Kostenvoranschlag. Ich will wissen, was das kostet, Günter. Wanni? Wenn ich... Du willst ja aus der... aus der... äh... Firmenkasse bezahlen. Da müssen wir schon mal gucken. Ach, leck mich am Arsch hier. Mit der Scheiße. Soll ich mal? Ne, leck mich scheiße ja mit dem Dings ab jetzt, oder? Leck mich mit dem Dings ab. Hör mal, wer ist denn jetzt dieser Schwarzmüller? Was? Der Schwarzmüller, von dem du geredet hast die ganze Zeit. Genau. Ey. Wenn du mich ja verarschen willst, gell? Ach, hab ich doch gar nicht. Hör auf! Dich über meine Herkunft lustig zu machen, Kollege! Das tue ich doch gar nicht. Da ist mir der Schwarzmüller vorbei! Ich weiß nur nicht, wer Schwarzmüller ist. Das ist der Anhänger, du Pfosten! Der Anhänger ist ein Schwarzmüller. Stell ich mal aus. Wo bist du schon wieder? Ja, hier! Du sollst doch extra auf der anderen Seite bleiben! Oh! Schlecher ist es da, Koche! Komm mit! Ja, was? Schwarzmüller! Was? Du gibst hier einen Angestellten, der noch nicht mal hier war? Schreibst du auf den Anhänger seinen Namen? Ne, klar! Was machst denn du, Kinder? Da sind diese Zinner gerundelt. Machen wir einen Spankort aus, mal ab, Mensch, ins Kinder! Man hat nicht mehr. Du Pflege! Also die Spanngurte da mal ab! Sind ab! Oh, scheiße! Eh, noch ran! So! Oh! 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 Du bist aber ganz schön frech heute. Ja. Hör doch mal auf! Ich hatte doch gerade noch ein... ...Poseyschen. Poseyschen. Poseyschen. Poseyschen ist Englisch, genau. Kennst du Poseidon? Nee, das ist ein Raumschiff. Nein. Das ist ein Gott. Der Poseidon. Poseidon, griechischer Wassergott. Was macht der? Was macht der? Denkst du nicht hier Percy Jackson? Ja, weißt du Poseidon oder Percy? Was ist das schon wieder von... Ja, Percy... Percy ist doch der Sohn von Poseidon. Aber Percy Jackson ist das nicht der von Jackson 5, der eine. Von Michael. Der Bruder. Ist der Michael. Der Michael Jackson. Ach, der Michael Jackson. Nee, nee. Ja. War es dir da echt beschissen hingelegt? Da muss ich dir immer sagen. Kannst du mir am Arsch lenken. Boah, dann nimmt er den stärksten Trecker, um die Dinger wegzufahren. Unfassbar. Ne, klar. Rannet doch nicht immer so drauf. Lernet doch einmal ein bisschen Feingefühl, Günter. Was ist denn das für eine Scheiße mit dir? Aber das... Ich platz dir gleich wirklich der Arsch. Platzt der Arsch? Ja. Was sieht das nicht schon... Ich stopfe noch rein. Ich stopfe noch rein. Ich stopfe noch rein. Ich gucke nicht weiter. Der Günter stopft trotzdem. Das ist wie wenn die Toilette verstopft ist. Unbündig ran. Günter, scheiß trotzdem noch drauf. Ja. Nichts ist so. Man muss doch jeden Platz ausnutzen. Das Dicke sinkt ja noch unten, der Bisse läuft ja links und rechts drüber, gell? Ja. Hast du ja immer so eine Falte, ne? Was heißt der? Da hat man ja immer so eine Falte übrig. Eine Falte. Falte. Äh, was ist denn jetzt aber mit dem Percy hier, hier? Der Percy Jackson. Den Sie filmen nicht. Der Sohn von Poseidon. Poseidon ist doch der griechische Wassergott. Kenn ich nicht. Äh. Kennen Rambo 1, 2, 3, 4. Und Dominador, kennst du auch. Jetzt sind Harry Potter. Was von... Was von... Was für ein Potter? Harry Potter. Potter ist ein Bier. Das kenne ich. Warte mal. Potter? Potter ist doch so ein Kirschbier oder sowas. Ist doch Potthofa. Ja, aber Potthofa halt. Kennst du dich auch so ein Potter? Potter? Potter. Potter. Da war da ein Video ist. Potter ist der. Potter. Im Fluss gibt es doch Potter. Günter, Potter. Potter. Was? Potter. Im Fluss drinne. Hier mit den breiten Schwänzen, wo heißt ich, wie wir fahren. Da, da. Kennst du? Was? Oma! Manni! Was ist denn los? Ich war mit dir in Sprachkustu. Ich schwörmache dir eine, wenn du nicht aufhörst. Hey, Otto! Nimm den Blattenschwanz, Otto! Das ist ein Biber! Ein Oder! Ein Biber! Ein Biber schritt bei uns aufs Move, Junge! Das ist ein Traktor! Ein Oder hat... Ja, das... Das ist ein freisch, Otto! Nein, Olla hat keinen Blattenschwanz. Was hat denn ein Oder? Ein Lager zum Ballen. Dicken. Ach, kuck! Was? Ich bin doch verarschen. Nee! Ach komm! Das ist ja ein Oder. Na, auf jeden Fall waren wir beim Potter eigentlich. Naja, ich bin doch ganz klar, ich bin doch ganz klar, so ein Schritt mehr, schöne, jetzt, ja, bedankein, plötzlich mehr, jetzt, ja, schöne, guck ich, auch, ja, ich rette dich, wenn du noch mal Tücher saßt. Nee, 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 nee. Woo! Vorderrad Style, Junge! Das kennst du nicht? Schmol im Schmeim! Ja. Los! Lanzen fahren! Ich bock dich vor deinem Bock runter, komm schon. Ja, jetzt, warte, ich komm! Auf Vorderrad, Junge! Auf Vorderrad! Das machst du mir nicht noch! Warte! ich hab mein traktor auf die balance zwischen uns stimmt einfach junge spinnende balance also nicht im ballon in der balance guck doch mal bei mir ich habe raketenwerfer mein traktor gebaut soma oder du komm ich guck doch ich gucke mit dem raketenwerfer kannst du gehen ein wenig skid und playgames mutter dann fühle ich selber was du jetzt gemacht hast was willst du ja meine meine basuka hier abgebaut haben die müssen noch drauf okay so warte muss ich einstupsen ein bisschen warte 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 so brauche stärkeren traktor das wird mit dem hier nicht das ist einfach das ding ist zu machen lass uns den doch verkaufen und dann kaufen wir uns hier ja ich hätte gesagt wir brauchen ich habe eigentlich gedacht wir können uns wieder den fuchs aber nicht gedacht wir kaufen uns ein deutsch ist dabei oder warte ne weist nee mann kopf ihren waren geister was ist wieder ist alles gerutscht sind keine geister müssen gar gerade einen so war mal jetzt geht es nicht weiter warte ich muss mal hier den dings holen du bist auch gleich gerade hier bin ich gerade du solltest feier machen das war noch nie anders genau sag mal wer hat denn die durch eingebaut sind die verfahrräder das ist doch kein breit das ist doch keine breite alter banni du warst schon wieder nehmen ja was machst du denn jetzt da die dohre warum warum nicht warum muss das denn jetzt gemacht werden auch meine ich sind doch schon alle weg ja verstehe nicht habe ich da reingedrückt ich arbeite wenigstens ich stupe die meinte mit dem du klarkommst habe ich doch ja ich frage den jetzt noch mal ganz kurz ich fahre den jetzige jahr verkürfen unseren steuer den alten wilden gar nicht aus dem jetzt aus und holz nein warum nicht weil ich kein fuck ab da jetzt brauchst du jetzt ein deutsch kaffee warte ich komm mit wir haben eine minute feier haben lassen wir aufhören wo wir mal nix weg hier ich schaffe den traktor jetzt noch weg und du tust jetzt die zwei stämmen weggefahren das erwartet jetzt da wo wir so eine luft da wo wir so druck drauf ich glaube du siehst die falsche luft junge du mal die dinger da unten schneien da bin ich dabei aber die stimmen springen weg na weil du sie nein drückst und quetscht wie so ein blödmanns gehilfe na klar und jetzt fragen doch mal dem du mal die zwei stämmen noch rein und ich verkaufe den ja schnell was können dann bist du wieder hier wenn ich fertig bin okay ich gehe jetzt noch ein bisschen in meiner geheimen bierbrauerei du gehst ja gar nicht rein und du lässt die diesel fässer in ruhe sonst klatscht es richtig verstehst du das denn rumgefahren werke immer überall überall musst du deine nasen einhängen warum bist du nicht auch sie da geworden von beruf da kannst du überall ein hängen da auch sie da was ist das denn du wirst du forschend du wirst du auch sie da ist immer nicht da sieht was für ein siedler da auch siedler siedler mensch doch so noch sie da ist sie da ist sie da sa noch mal unter oder da ist aber die schon die menschen wir sind dürfen oder was komm sagt tiga die gar was die schon nach jetzt jetzt nach tiger die schon ich habe alle stämme aufgeladen verkauft gehäckselt meine ich so wirklich alle drin oder licht hier noch wieder was ich habe alles reingepackt da packst du jetzt kommst du mal her da packst du jetzt in den drohen mensch dass ich kontrolle machen wir jetzt nämlich ich kann es doch nicht ändern diese dohre sind auch letzte fehlern schicken das darf nicht sagen auch mensch es geht nicht mal auf okay ich weiß nicht was das für scheiße ist mit den dornen oder war das zum händler gehen jetzt auch kläre mir doch mal in und die tore du musst hier pass auf immer weg ja noch hierzu warte mal kann ja gar nicht muss hier das zog zu machen aber nicht geht warum geht das nicht das muss so das muss so er hier wieder hallo jetzt geht's jetzt ist er bitte weiträufen ich bin ein dinosaurier bist du weiß ich kann mir die scheiße auch nicht mal angucken jemand stimmt hier nicht denkt nach oben wo das immer der kompfer jetzt mal schön war mit dem errichter jetzt macht doch mal die kann doch in die alte jetzt morgen herrschen und jetzt können noch ja gut meine freunde welt euch gefallen hat das like und ich frage ist der shop bei mir sagt tschüss und bis zum nächsten mal